Hey, pass auf und du hingehst! Es tut mir leid, ich bin blind. Oh, du bist blind, das ist kein Problem. Das macht dann 20 Euro. Okay, warten Sie. Hier, ich glaub, der ist das. Ähm, Sie haben mir nur 5 Euro gegeben. Ehrlich jetzt? Ich glaub, ich hab Ihnen einen 20-Euro-Schein gegeben. Nein, leider, das ist ein 5-Euro-Schein. Es fehlen noch 15 Euro. Oh, das tut mir leid. Ich wollte Ihnen noch sagen, dass mein Name Joachim Gawk ist. Ich bin nicht blind und das war nur ein Experiment. Ja, da ist die versteckte Kammer und herzlich willkommen zu der Show. Finde den Betrüger. Ähm.